Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Torbon Parfum mit Schokolade. Das Torbon Parfum mit Schokolade ist eine feine und sehr gehaltvolle Nachspeise aus Ligurien und Kampanien. Torrone wird aus Mandeln oder Haselnüssen, Honig und Zucker hergestellt. Für 6 bis 8 Personen werden folgende Zutaten benötigt. 500 Gramm Mascarpone, 5 Eier, 90 Gramm Zucker, 10 Gramm Vanillezucker oder eine Packung Vanillezucker, 150 Gramm Torrone oder ein Fertigprodukt, 100 Gramm dunkle Schokolade, mindestens 70% Kakao-Anteil. Folgende Utensilien werden benötigt. Küchenmaschine mit Rührbesen oder Handrührer mit Rührbesen, Schüssel, Küchenpapier, Schneebesen, Teigschaber, Küchenwaage, Frischhaltefolie, Auflaufform. Zubereitung Die Eier einzeln aufschlagen und dabei trennen. Die Eiweiß zu festem Schnee aufschlagen und kalt stellen. Das Eigelb, den Zucker mit dem Vanillezucker zusammen schaumig rühren und den Mascarpone portionsweise unterrühren. Die Schokolade und Torrone mit einem scharfen Messer zerhacken und unter die Parfumasse heben. Den Schnee unter die Masse heben, siehe Eischnee unter den Teig heben. Eine ausreichend große Auflaufform mit Frischhaltefolie ausschlagen und bedecken. Das Parfait 3 Stunden in die Tiefkühltruhe geben. Torwon Parfait Spanisches Toron Parfait Siehe auch Spanisches Toron Parfait Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!